Oh, das hätte ne Double-Nate-Tränke an. Oh, das hätte ne Double-Nate-Tränke an. Ich bespuckt mein Mikrofon mit, äh, Rührei. Herzlich willkommen zu Kamer-Strike CSGO mit Darlucaten. Ihr seid bei Polkirche der Kirche des Gamings. Und, äh, das liebe Ententier hat seinen Freund mitgebracht. Quack quack! Ja, im Gegner-Team, ne? Der Penner. Ja, infiltriert, sozusagen. So, Ansage ist, wir rushen die Lobby. Verlauern wir von ihnen. Alle rein, einfach. Hinten nach außen. Er ist noch am Kaufen, alles klar. Ja, ging nicht. Oben. Pommes, oder über der Pommes. Auf der Pommes, ja. Main und Pommes, auf der Pommes, auf der Lauer, Main. Schön Fizz, schön Fizz. Hinter dir, Henry, hinter dir. Letzter ist hinterm Vent. Fizz komm jetzt. Renn jetzt links und schieß, 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 schieß. Jawoll. Hat nicht. Ah, ihr muss nachladen, Sekunde. Meine Strategien haben Value. Ja? Ja, wir kommen aus aller Halle rein. Wir machen die Tür auf. Ich kann nicht kaufen. Oh jetz! Huch. Hey he he. Waa? Grembe. Grembe, Leute! Grembe, Leute! Grembe ist auch noch einer. Ist der runtergelaufen? Muss er, ja. Oder hinter der Box. Das wäre schön sneaky. Hau ihn. Oh, da gibt es den One-Deak. Wo liegt die? Ja, die suche ich auch. Ach so, die Bombe. Alter. Die haben aber auch hier Saft am Start, ne? Das ist die Rampe, oder? Ja, ja, der steht da oben auf CT-Seite. Hat 50 AP. Ich glaube, der will aber nur eine Waffe haben. Nee, er kommt runter, Rampe. Rampe runter, 50 AP. Schön. Kobi, Slam, danke. Ja, echt, eingeloggt. Oder wie, 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 äh, wie Henry sagt, Na? Was? Wie heißt er? Tobi Brian. Genau. Hab ich verstanden beim Podcast? Keine Ahnung. Tobi. Ich finde das gut, ey. Tobi Brian. Ich hätte es auch so geschrieben. Ja, aber... Alter. Noch, da war noch einer. Ja, ja. Glaube ich runter, wieder. Das war noch auf der rechten Seite vorhin. Jetzt nicht da. Fenster. Fenster war richtig, ja. Ops! Okay, jetzt haben sie Waffeln. Und nu? Jetzt sterben wir. Der eine aimt schon viel zu krass. Ich glaube nicht, dass sie... Der Mordara hat sie... Ah, die auch an. Okay, jetzt war schöne... Zwei schöne Wondex gegeben, ne. So gut sind die Lowes nicht. Die pushen, glaube ich, oder? Oben auf jeden Fall, wat? Links. Off! Unten auf dem Spot. Ja, ich sag doch. Ja, du hast nichts gesagt. Ja, du hast nichts gesagt. Ja, du hast nichts gesagt. Fischface. Ja, ich habe noch einen mitgenommen. Bleiben sie... Das ist ein Loch. Danke. Ja, in der Pommes. Ja, ja. Nice. Oben ran. Ups. Nice. Nice. Oh, das ist ein M4. Nice kill. We're going to do this. Jesus. Natürlich, ey. Sitzen die in der Base. Wo sollte er sonst sein? Sieben Tage lang, wo soll er sonst sein? So ein Durst. So ein Durst passt am Ende nicht. Nee. Ich glaube, ich kaufe immer eine Autoschnipp. Heute schon eine Runde. Das weiße. Au rei. Nichts zu sehen hier. Nee. Runter oder was? No. Wieder in der Base. Sitzt sie in der Base? Nur der eine. Guck rechts. Du bist noch oben und außen, oder? Außen. Ja, oben und außen ist einer. Und CT. Und wenn er schleicht. Hast du das gesehen, Dalu? Was denn? Das Video. Und wenn er schleicht. Nee. Bei euch? Ja. Da haben wir ein Highlight draus gemacht. Hier direkt auf der Rail. Hilarious. Und ich muss schauen. Unten auf der Rail. Die Situation war folgende. Unten auf der Rail. Steht Henry und aimt die beiden. Aimt die Rampe ab. Und beide gucken Richtung Rampe. Und ich sag so. Ja, was ist denn, wenn er jetzt von der anderen Seite kommt? Ach. Und dann sagt Henry, ah, das hör ich schon. Das müsste man hören, genau. Ja, das müsste man hören. Und ich sag so. Und wenn er schleicht. Und in dem Moment hörst du ihn nur so. Flitz, schlitz. Steht er in dem WM, ey. So gut. Das hör ich schon, Alter. Nee, müsste ich hören. Und das hat er gerade ausgesprochen. Und dann hörst du so. Schlitz, schlitz. Das war richtig lustig. Haha. Und mit Fizz geht das ja immer, ne? Da geht immer die lustigsten Szenen. Was geht mit dem? Mit dem? Mit dem, Alter. Was geht mit dem? AWP Rampe. 75. Hinter den Kisten. Wie macht die Autoschnipp? Das ist ja easy. Ups. Nicht, wenn ich blind bin. Pff, kommt der jetzt her. Von oben. Hinter euch, hinter euch. Zucker blind, Mann. Ich schieße erst mal auf den Falschen, ey. Der ist so eine... Das andere ist... Oh. Oh, doch. Das schieß gar nicht. Boah, jetzt haben sie angemacht, ne? Jetzt haben sie den Knopf gedrückt. Hey, aber wie hast du denn auf den Falschen geschossen? Haben wir nur noch Gegner. Er hat auf dich geschossen. Ja. Ich hab da oben einen drauf gesitzen. Den haben wir nicht getroffen. Let's go, my brother. Alter. Was macht ihr denn hier? Weiß ich nicht. Der Zuckerman könnte ein paar Waffen droppen. Ja, der macht das Maul auf. Noch mehr. Noch mehr. Nein. Noch eine. Die halbe Runde ist schon wieder vorbei. Ja, echt? Damit rechnet die nie. Ja, Mindgames. Außen, oben. AWP. Ach, 10 HP hinter... Hinter dem blauen. Auf und pomis. Die blauen an der Garage. Oben, Cat. Alter. Ich seh gar nichts. Ach, schade, der 10 HP... Werden sie garstig. Hm. Noch mal kaufen? Na? Nicht? Nee. Irgendwo rushen jetzt. Da haben wir überall was stehen. Lass uns reinlaufen. Bin ich dood. So, dann gibts für die Situation oder machen wir wieder ein bisschen Geld. Hinten links. Schön. Leider ist die Waffe oben liegen geblieben. Shit. Machst ne Granate hin. Nein, Drei hin. Oh, keine. Komm Pommes Oben Heaven Ich will nicht sterben Nein Ach ich hab gehofft er stirbt Das war nicht der, der Low war, leider So Geben wir Forklift, Rooftop, Control Room oder Fuel Silo Was? Sieht hier rechts an der Wand Das war links Das war aber in Ordnung Hier Rampel Da ist noch einer, da muss noch einer hinter den Kisten sein Ja hinter den Kisten ist auch einer Nice Einer bei Heaven noch Einer kommt Lobby schon rein Ich habe ihn nicht einmal gehofft Berückt Doch ey das gibt es nicht CT spawn Das Lobby müsste gleich da sein Guckst du nach rechts Fisk? Ja Äh Hä? LOL Ich habe durch die Wand einen draußen erschossen Er ist immer noch CT Das war nicht der, auf den ich geschossen habe Guckst du nach Guckst du nach Guckst du nach Guckst du nach Dank nicht Nee Nee Aber ich mache es trotzdem Ich mache es trotzdem Ja Hat er ja gelangt Und wenn er es leicht Und wenn er es leicht Ja will er nicht Du hast eine AGP EZ Guckst du nach oben Also Blind Chicken Finds Crumble Corn 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 Hier Da Forklift Rooftop Rock Tor Wer auch mit der Püschel losgerannt Zwei sind jetzt gerade aus der Citybase losgerannt Ist du schon wieder? Natürlich, Mittagszeit, Junge Wir knurren hier nochmal, wir sind alle am Fressen, ey Wo wollen wir denn hingehen? Auf die Uhr, hast du nicht? Runter oder was? Oder wollen wir oben rein? Einer ist in der Citybase, immer noch, 40 AP Einer ist oben, außen Kett Dame Dame CDbase immer noch, hätte ja auch keiner schossen Jetzt Ja, ich hab gedacht, der wäre hinten in der Base Nicht, dass er vorne an dem roten Container ist So, jetzt? Wollen wir jetzt mal irgendwo hin gehen? Da war er wirklich, da Ich bin oben Dann geht oben Hier, Bombe liegt am Spot unten direkt Nein, das ist der Typ, der immer Rampe gewesen ist Ratunde Bombe bị vorgabe Bede hässlich Oh, das war bitte Das kann ich euch nicht Entspanior Nive organisation Entspanior 症 Abbekommt. Ab nicht. Geil. Bepisst sich. Tschüss, Bliadmann. Schön geflogen. Bliadmann. Was geht über Lugi eigentlich ab? Warum ist er gut? Oh ja. Bliadmann. Bliadmann. Ja, das ist das Bliadmann. Hauptsächlich. Rüstet auch nie was aus, um schnell auf dem Spot zu sein. Bliadmann. Steps Main. Wieder außen Kett, oben AWP. Unten auch. In der Pommes steht noch einer. Unten ist down. Pommes steht immer noch. Pommes und rechts. Rechtswind. Flashbank. Flashbank. Bomb has been planted. Throw it back. Flashbank. Er hat durchgeshield. In die Ecken Schieler. Der Lugi immer noch auf Platz 1. Flashbank. Er ist einfach viel zu krass gerade der Typ. Ich behalte hier die Tradition des Rentners in Ehren. Drei Acht. Lock. Hihihi. Den Lose unten müsste einer sein, oder? Einen Flash von relativ nah. Ja, der mache ich doch. Jo, Main steht was drin, ist weg. Sieht gut aus, Metal-O-A-D. Das bin ich. Ich bin Pommes. Schön. Piep piep piep. Red. Sehr gut, 9-3 als Terror. Ja, das ist gut. Das ist aber auch nur zurückzuführen auf Supermans perfekte Darbietung hier mit 12-0-7. Null Assists? Alter, was geht bei dir? Ja, ich bin halt Solo-Player. Der, der Abräumer. Den macht viel Hände wie. Da steht einer. Oh. Jetzt zieht er das an. Hey. Okay. Oh, neben diesen Reds. Von hinten kommt einer. Zwei. Noch einer. Der ist hinter der Blauen. Ach, da hinten ist immer noch einer. In der Garage. Und in der Garage. Ja, lass mal Rampe gehen. Oder so. Inga. Zwei HP. Wer? Ich. Nehm dir. Oh, der steht schon, der steht in der Lobby. In der Lobby steht er. Der geht jetzt raus Richtung T. Press. Hätte sich aber ein bisschen anstrengen können jetzt. Ich hab einen geholt. Meisten Kills. Easy. Leisten Kills? Einfach Rampe gehen. Die waren ja nicht so gut. Boah, Lugi hier mit den Turns. Hehehe. Das ist jetzt alles, was ich mach, sind Rooms. Fisk hat schon wieder, Fisk hat Ubrank, ne? Mit Kranz? Mit Kranz, oder? Hinten links. Zwei Rampe. Was? Was ist dein Problem? Da ist immer noch einer. Bamboli ist oben down. Sag doch, Fisk. Bei ihm, äh, hier. CT noch. CT? CT. 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 Ist das mit der Bombe? Wo ist denn die? Die liegt direkt oben neben der Smoke. CT. 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 Ich wusste, dass du auf mich schießt, ich wusste es. Du bist halt ein Kollegenschwein, ne? Ich hab dich ja nicht erschossen, ja? Ja. Mh, danke. Das ist aber nett von dir, dass du mich nicht erschossen hast. Die haben sich entschossen Die hassen sich LOL und instant Ja war zu früh Ja 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 Hinter dem Container hier vorne ist die eine In der mittlere da Rechts der Container da bei der Garage Weg ist weg Ah ja ja Ich denke noch mal keinen neuen Part Falls doch liebe Freunde Abonniert unseren Kanal Dankeschön Für die Aufmerksamkeit Das Ding ist an Abos Wir brauchen Abos Warum? Damit wir besser sind als andere Das ist eben wichtig Das ist so ein Indikator Auch für Penisgröße Ja Und deshalb sind viele Abos Sehr sehr wichtig Das ist für das Ego Das ist einfach nur damit man sich Ein bisschen überheblich fühlen kann Damit man einfach Das Gefühl hat besser als andere Menschen zu sein Der Schwung den man braucht um abzuheben Genau Genau Man ist ja am Anfang ja noch true Und das will man bei Youtube nicht Man muss diese Trueness mit steigender Abozahl verlieren Und deshalb ist es wichtig dass wir viele Abos kriegen Also Pommes 2 Einer Fenster raus Eine Tür raus Außen frei Hinterm Vent links Hoffentlich oben drauf einer Schön Fisk Die Deal hat sich gelohnt Jop hat sie sich Hinterm Vent links Über wen ist einer Oh wat Oh unten in der Smoke Pistol Boah natürlich Außen catwalk Pistoloo Da ist er Wo denn Jawoll 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 Ist schon runter gespielt Unter Heaven Ganz unten Ganz unten Zählt die Base Hilf ihm doch Hilf ihm doch Ich musste mir doch erst mit angucken Sorry Warum hilfst du ihm denn nicht Der arme Lugi Der hat alles gegeben Aber ich fand die Überlegung nice Du siehst wie runter springt Springst runter Wird angeschlossen Erstmal wieder nach oben auf Heaven Und schieß Der arme Lugi Das ist nichts hier Für mein krankes Herz Ich dachte er ist unten reingelaufen Oder habe ich mal Wenn ich die Schüsse gehört habe Ist der jetzt hier auf das Dach gesprungen oder was Ja das ist so schnell Hinter der Tür wartet der Wind Schön Noch einer außen cat Links 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 Hier direkt Links Nein geh weg Schön Hinter der Tür Hinter der Tür Ja nice Er ist hinter dir Könnte noch einer sein Einer der den Bot übernommen Oh ich habe ihn getroffen Ha Ok dann nicht Liquid Wo war er? Ich dachte Base Hinter dir Man hat ja auch Steps gehört Er hatte gerade den Bot übernommen Ja und du? Ja und du? Ja und du? Ja und du? Ja aber der hat doch gerade jemanden gekillt Ne Der Bot hat noch keinen getötet Das war der der danach gerefragt wurde Die sind auf euch selbst Ist doch egal Tür Tür Welche Tür? Ist man in der drinnen? Komm ist Tür Nein Jawoll Jawoll Die haben keine Chance Föhn 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 Föhn? Ne Föhn Alter, Boot Harvey wieder, der No-Coiner ne? Ja, der hackt. So ein richtiger Noob ne? Und der Ping von dem ey, super krass. Mega der AFKler ey. Er ist in den Runden verloren, er ist nur 3 mal gestorben. Okay, eine rote Rakete. Die Pommes will keiner, wa? Bombe ist Pommes. Bombe ist A down. Bombe ist A down? Ey, ich dreh mich um und geh weg und komm wieder und hier liegt ne Leiche, es ist sehr lächerlich. War der Bot? Er schreibt du Fiskficker. Krätscht. Fiskficker ey. Oh, Fiskficker. Döö. Ah, döö. Ah, da wird der nächste gekickt. Time to earn our storage. Throw in Flashbang. Flashbang. Warst du blind Fisk? Ja, so ein bisschen runter geht da, Alter. Er war ein blind Fisk. Ah, der hat an. John Hacken. Ja, deswegen hast du die Brand auf die Wand geworfen. Oder gehackt hat. Ich wollte den geil im Feuer erschießt. Blieder. Bleed. Guck lieber außen, Cat. Ja. Bomb ist down auf A oben. Ja, da hinten war noch einer. Secret Shadow. Secret Shadow. Am Shadow war noch einer, Leute. Garage. Letzter ist Garage. 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 Los, Lugi! Deiner jetzt. Lugis Headshot Compilation. Boah. Und jetzt noch eine geile Mucke von Linking Park drunter legen. Okay. Warte. Jetzt. Jetzt bitte jetzt. Okay, okay. Jetzt. Jetzt. Das ist richtig. Er war doch da rechts. Handset hat er nicht auf. Oh, du. Die Plays, Alter. Die Plays. Da liegen wir schön Benny Hill Musik drunter. Könnte man nur da ein von meinen Memes machen. Lugi wird wohl bis zum Ende des Menschen erster bleiben. Unpassbar. Das geht nicht. Das wird auch nicht passieren. Jetzt wird's richtig. Stimmt. Jetzt wird's richtig. Jetzt wird's richtig. Stimmt. Jetzt verlieren wir. Jetzt verlieren wir. Ich habe den. Zwei außen. Rotere Kette schon. Außen Kett. 20 HP. Kommt jetzt oben um die Ecke. Okay. Bei dir ist einer, Basti. Das ist keiner von uns, wenn du da hörst. Aber wo? Da ist er gerade. Garage. 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 Und damit hat er gewonnen. Flugi. Dritter nur. Flugi. Dritter nur. Flugi. Dritter nur. Ja. Hätte sich mal echt anstrengen können. Aber so wird er das nächste. Mehr fürs Mittelfeld reicht halt gar nicht. Ja. Ja trotzdem. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gewesen. Gewesen seid. Gewesen. Habt halt. So. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Schaut vorbei bei uns. Lasst ein paar Kommentare da. Ein paar grüne Daumen. Und natürlich ganz viele Abos. So. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.